herzlich willkommen beim mediale energetik treff und heute schauen wir uns mal in der heutigen impuls meditation das thema schamgefühl und die damit verbundenen traumatas an das ist so auf der ebene inneres kind und und wenn du dich schämst für etwas dann siehst du dich zurück und dieser rückzug wird dann auf kurz oder lang eine blockade in deinem energiefeld auslösen das heißt du wirst da feststecken du wirst da nicht so viel energie zur verfügung haben du wirst vielleicht nicht so offen sein so viel freude empfinden können und das ist eben so eine sehr starke sehr feststeckende energie und da werden wir mal schauen dass wir die heute lösen können gut bei trauma lösungen es geht jetzt eben ums innere kind also wenn dir etwas zu unangenehm wird während dieser übung dann atme einfach dreimal tief ein und wieder aus und steigt dann einfach aus und kommen dein alltagsbewusstsein zurück wenn etwas zu unangenehm werden sollte aber ansonsten kann im prinzip wie gesagt nichts passieren sind ja nur gefühle im prinzip die sich da lösen kann ok dann starten wir mal schließ bitte einfach mal deine augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und erlaube dir mal innerlich ruhiger zu werden und mit dieser ruhe mit dieser geborgenheit singst du auch in dir tiefer hinab auf ein wohliges wärmendes licht zu dass die geborgenheit bringt also du gehst da wirklich ganz tief rein in ein wohliges licht in deinem inneren ist die geborgenheit bringt das ist ein wärmendes gold orangefarbenes licht und in diesem wärmenden gold orangefarbenen licht findest du viele geistige helfer und führer die dich begleiten werden auf dieser reise auf dieser reise aus deinem schamgefühl hinaus und vielleicht spürst du schon aspekte wo du umgangssprachlich gesagt ein schlechtes gewissen hast wo du dich nicht ganz so wohl fühlst in deiner haut wo du sachen hast die du vielleicht niemanden so erzählen würdest oder erzählen würden wollen wo du sachen hast die du für dich zurückhält und das können ganz alte erinnerungen sein vielleicht das gefühl habe ich meine mama genug geliebt habe ich meinen papa genug geliebt war ich meine braves kind war ich eine brave tochter ein braver sohn war ich eine gute schwester guter bruder war ich eine gute mutter vielleicht fallen dir da solche fragen ein und diese fragen sind meistens schon so ein hinweis dass da irgendwo schamgefühle stecken war oder bin ich die beste partnerin der beste partner und so weiter und so fort und du erlaubst dir jetzt einmal diese unsicherheiten und zweifel nur mal wahrzunehmen da geht es noch gar nicht darum dass du jetzt genau definieren kannst um was es sich handelt erlaube einfach mal dass du vielleicht so ein bisschen einen leichten druck oder so diese blockaden diese blockierungen ein bisschen spürst denn das licht in das du da jetzt hineingegangen bist zeigt dir auch genau diese traumata dieses hinterfragen also das lädt dich richtig ein dich damit zu konfrontieren und es darf nun mal eine erste ebene der heilung stattfinden und das ist mal ein schocklöser ein löser ein löser von traumata dieses gefühl des feststeckens des nicht weiterkommens dieses in sich gefangen sein dieses in sich gefangen sein und erlaube dir nun heilung zuzulassen heilung zuzulassen diesen schock diese traumata einfach mal zu lösen und das passiert jetzt erstmal mit dem violetten licht und in diesem violetten licht weichen sich jetzt langsam mal die spannungen auf die du vielleicht empfindest und vielleicht kommen dir da bilder von einer gewissen situation und erlaube dir mal diese bilder zuzulassen und diese bilder jetzt auch mal im lichte der vergebung zu sehen egal welche situation dir da einfällt gleichzeitig fließt vergebung ein und lädt dich dazu ein diese situationen loszulassen spüre dass für alle beteiligten egal um wen es geht dass für alle beteiligten auf der seelenebene diese situation gelöst ist dass du sie nicht mehr tragen brauchst dass du nur ein bild dieser situation mit dir herum trägst spüre dass es gut ist und erlaube dir nun tiefe heilung stattfinden zu lassen und diese heilung passiert indem sich dieses bild langsam löst und transformiert du verabschiedest dich von den beteiligten in dieser szene von dieser gebundenen seelenenergie und erlaubst dir freier zu werden und nun nachdem sich diese szene gelöst hat darf freiheit kreativität und heilung in dich einfließen freiheit kreativität und heilung und alle glaubenssätze die sich aus dieser situation gebildet haben werden nun transformiert alle sätze des mangels der selbstbestrafung der selbstgeiselung der selbstzweifel die schamgefühle dürfen sich jetzt lösen erlaube dir freiheit freiraum würde und klarheit in dein leben einzulassen und besonders auf den aspekt hinfließen zu lassen den anteil von dir der in diesen schamgefühlen feststeckt und sei jetzt mal ganz ehrlich und das ist jetzt wichtig um dir selbst zu vergeben hast du in diesen augenblicken in dieser szene die du gesehen hast nach deinem besten wissen und gewissen gehandelt nach allen besten moralischen vorstellungen gehandelt hast du nach bestem wissen und gewissen gehandelt nach deinem wahren innersten und wenn nicht dann bitte jetzt mal dich selbst um vergebung dass du gegen dein besseres wissen gehandelt hast du bist ich vergebe mir wieder mein besseres wissen gehandelt zu haben die Und gestehe dir nun mal ein, dass du vielleicht auch aus einer inneren Ausweglosigkeit so behandelt hast. Und diese Ausweglosigkeit darf nun durch Inspiration und Kreativität ersetzt werden. Ich erlaube mir, inspiriert und kreativ zu sein. Und voller Klarheit, Würde und Liebe mein inneres Licht leuchten zu lassen. Und spüre jetzt mal, wie sich etwas in dir öffnet, wie du weicher wirst, wie du weiter wirst. Und du näherst dich jetzt dem Kern dieser Verletzung, dieser Verletztheit. Also die äußeren Umstände sind gelöst, die beteiligten Energien sind gelöst. Du hast dir auch vergeben, aber da ist noch ein Kern. Ein Grundstress. Ein Grundantrieb. Und du schaust dir jetzt mal ganz ehrlich diesen Antrieb an. Was hat dich dazu gebracht, so zu handeln, dass du dich schämen musstest? Und da ist im tiefsten Kern Scham und Wut und Enttäuschung vielleicht da. Und vielleicht ist das etwas, das gar nicht dir gehört. Vielleicht ist das etwas, was du aus deinem Familiensystem übernommen hast. Und diese Energie, diese Scham, diese Wut darf sich nun transformieren und darf jetzt geheilt werden. Diese Energie fließt jetzt vielleicht in deinem Familiensystem ab. Vielleicht fließt diese Energie auch in karmische Ebenen ab. Es spielt keine Rolle, denn diese Energie wird einfach jetzt mal von dir rausgelöst und du lässt sie auch los. und du spürst Weichheit, Geborgenheit, Frieden, Entspannung und göttliche Gelassenheit. Und erlaube dir jetzt wirklich tiefe Heilung geschehen zu lassen. Und aus dem Schemen, aus dem Schamgefühl erwächst jetzt mal zarte Eigenliebe und sich selbst annehmen. Und durch dieses Annehmen spürst du, wie sich andere Verstrickungen aus deinem Energiefeld lösen. Du spürst, wie du zurück angebunden wirst an deine innere Weisheit, deine innere Klarheit. Und du spürst auch eine tiefe Stabilität und Erdung, die durch dich hindurch fließt. Und nun erlaubst du dir Klarheit, Würde und Vertrauen einzuladen und einen Neubeginn aus emotionalen Dichten, aus emotionaler Dichtheit und Belegtheit zu finden. Du gehst bewusst einen Schritt in die Frische raus, aus dem Dichten, aus dem Angespannten, aus dem Schamhaften. Und du spürst, dass du mit jedem Schritt leichter wirst und freier. Und dass eine tiefe Liebe und eine tiefe Heilung durch dich hindurch fließen. Du spürst auch, dass eine Transformation stattfindet, dass mehrere negative Beeindruckungen sich lösen, dass du aus deinem Schamgefühl rauskommen kannst und absolut in deine Kraft, in deine Klarheit gelangst. Du atmest tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du in der absoluten Geborgenheit, in einem tiefen Frieden und in einer tiefen Zufriedenheit, Schritt für Schritt, alle Türen hinter dir schließt, die vielleicht geöffnet wurden und du dich auf dem Weg in dein Alltagsbewusstsein machst. Du spürst, dass du weiter wirst, dass du dich aufrichtest in dir, dass du klarer bist, dass alter Stress, der vielleicht aus diesem Schamgefühl noch resultiert hat, abgeflossen ist, von dir weggegangen ist und du erwachst jetzt in deinem Alltagsbewusstsein, streckst dich durch, öffnest deine Augen und fühlst dich vollkommen klar und entspannt. Atme noch mal tief ein und wieder aus, fühl nach und komm ganz im Hier und Jetzt, in dieser Zeit, in diesem Raum an. Wie ist es dir bei dieser Meditation gegangen? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.